Hallo, hier ist wieder der Fest mit Tutorials. Und in diesem kleinen Mozilla Firefox Tutorial möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr die ganzen Passwörter in Mozilla Firefox eines Benutzers auslesen könnt. Zuerst geht ihr auf Extras, Einstellungen. Dann sind wir hier bei diesen 2, 4, 6, 7 verschiedenen Tabs. Jetzt gehen wir zur Sicherheit. Und da sehen wir gespeicherte Passwörter. Da gehen wir drauf. Okay, normalerweise würde jetzt hier Benutzernamen stehen. Das habe ich jetzt verdeckt, aus Datenschutzgründen von mir. Und jetzt geht ihr einfach auf Passwörter anzeigen und dann werden euch die Passwörter dahinter angezeigt werden. Also eigentlich in einer Leiste dann, also hier wären jetzt die Benutzernamen. Und hier werden dann die Passwörter. Gut, und danke fürs Zuschauen, das erste Mal alles von mir, Fest mit Tutorials. Bitte kommentiert, macht einen Daumen hoch und abonniert. Tschüss. acho ist